Willkommen zu einem neuen One-Shot von Mila. Sie hat das schon im Februar veröffentlicht und ich habe es noch gar nicht gesehen gehabt und ich darf ja immer ihre ganzen Werke vertonen. Ja, viel Spaß mit diesem kleinen One-Shot, Dramini in Love with You. Es handelt sich hier um Briefe, also viel Spaß beim Zuhören. Knapp fünf Jahre nach dem Ende des Zweiten Zaubererkriegs im Mai 1998. 7. Februar 2003. Hermine Granger. Es ist ungewohnt, deinen Namen ganz auszuschreiben. Der Klang deines Vornamens ist besonders, wenn ich es mir so überlege. Es ist lange her und die Suche nach deiner Adresse war kompliziert und langwierig. Genau genommen fing ich vor vier Jahren an, über dich nachzudenken. Du bist mir öfter, als mir lieb war, in den Träumen erschienen. Besonders intensiv wurde es voriges Jahr und ich begab mich auf die Suche nach dir. Gewisse Menschen wollten sie mir auch verständlicherweise nicht geben. Ich bekam von einem alten Schulkameraden eine Adresse und vorhin. Doch in dem Haus wohnte ein alter Professor, der nichts von dir wusste. Letztendlich erhielt ich deine richtige Adresse von einem befreundeten Angestellten des Ministeriums und ich hoffe, dass diese nun die richtige ist. Du wohnst also inzwischen in San Francisco. Ich hoffe, es ist dir gut ergangen. Du wirst dich vielleicht wundern, dass ich dir schreibe. Vielleicht wird es dich auch wütend machen. Deswegen werde ich meinen Namen erst am Ende des Briefes setzen, um die Gelegenheit zu erhalten, mich und mein unmenschliches Verhalten zu erklären, bevor du den Brief möglicherweise zerreißt. Meine Vergangenheit war nicht einfach, was nichts entschuldigt. Ich bin voller Vorurteile aufgewachsen, in einer Gesellschaft, die ein ahnungsloses Kind zu einem Monster geformt hat. Der Druck, der auf meinen Schultern lastete, war massiv und wenn ich es mir so recht überlege, hätte ich mir rückblickend lieber den Tod gewünscht, als dies noch einmal durchmachen zu müssen. Ich wurde gefoltert, so wie meine Familie auch. Einige Dinge konnten wir nicht steuern, andere schon. Und an denen sind meine Eltern, insbesondere mein Vater, schuld. Es gibt gewisse Dinge, die ich ihm bis heute nicht verzeihen kann, aber auch mir selbst nicht. Dazu gehört, dich als Schlammblut betitelt zu haben und an eine kranke Ideologie geglaubt zu haben. Ich habe dich in der Vergangenheit beleidigt, erniedrigt und dir das Leben schwer gemacht. Und dafür will ich mich aufrichtig entschuldigen. Ich weiß, dass ich mir damit nicht selber verzeihen werde, was ich dir in der Vergangenheit angetan habe. Aber ich weiß auch, dass du die Entschuldigung zumindest zur Kenntnis nehmen gewirst. Du hast ein großes Herz und schon immer gehabt. Darauf vertraue ich. Rückblickend erinnere ich mich an ein kleines, mutiges Mädchen mit buschigem Haar und einer ziemlich vorlauten Klappe, das ich insgeheim zutiefst bewundert habe. Und um ehrlich zu sein, ich habe dich auch ein Stück weit für deine Intelligenz beneidet und gehasst. In diesem Sinne, Glückwunsch nachträglich zu dem besten Abschlusszeugnis unseres Jahrgangs. Fünf Jahre ist es nun her. Fünf Jahre, in denen ich mein Gewissen nicht bereinigen konnte. Jetzt kann ich es. Draco Malfoy 9. Februar 2003 Hallo Draco, es war eine riesige Überraschung von dir zu lesen. Und es ist schön zu lesen, dass du ausgerechnet nach mir gesucht hast. Und das seit einigen Jahren. Entschuldige meine Handschrift, ich bin gerade noch ziemlich am Zittern. Deine Worte haben mich wirklich sehr berührt. Und du musst dich nicht schlecht fühlen. Dir ist genauso viel Schlechtes widerfahren wie uns allen auch. Und ich weiß, dass du als kleiner Junge keine Wahl hattest und meistens fremdgesteuert warst. Natürlich hast du viele Fehler gemacht, aber vieles hast du auch richtig gemacht. In vielen Hinsichten sind wir dir bis heute dankbar. Du hast viel zu dem Frieden beigetragen. Und wie ich aus dem Brief herauslesen kann, ist aus dir ein großartiger Mann geworden. Es gibt keinen Grund weiter an die Vergangenheit zu denken. Und um ehrlich zu sein, wünsche ich niemanden mehr Seelenfrieden und Glück als dir. Ich habe tatsächlich auch einige Male an dich gedacht. Umso erleichterter bin ich nun darüber, dass es dir gut zu gehen scheint. Ich habe dir schon lange verziehen. PS. Über die dämlichen Hauselfen unterhalten wir uns nochmal irgendwann. Liebe Grüße, Hermine 10. Februar 2003 Hallo Hermine Mit so einer schnellen und positiven Antwort hätte ich nicht gerechnet. Es war das erste Mal in dieser Woche, dass ich gelächelt habe. Deine Worte haben mich ebenfalls gerührt. Ich habe aber nicht geweint. Malfoys, weine nicht. Und wie geht es dir? Wo arbeitest du? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Vielleicht ist es unangebracht, dass ich dir nochmal schreibe. Aber es sind so viele Fragen, die ich mir stelle. Vor allem, was deine Personen betreffen. Ich habe dich, während ich dir schreibe, bildlich vor Augen. Aber irgendwie ist dieses Bild auch stark verschwommen. Ich hätte mich gern persönlich bei dir entschuldigt. Aber sieh diese Rosen, die ich dir mitgeschickt habe, als Ersatz dafür. Wenn du in einer Partnerschaft oder Ehe lebst, dann entschuldige bitte meine Aufdringlichkeit und ignoriere den Brief und die Rosen. Liebe Grüße, Draco 11. Februar 2003 Lieber Draco Oh Mann, das ist süß von dir. Tausend Dank für diese Rosen. Das war doch überhaupt nicht nötig. Ich fühle mich unglaublich geschmeichelt und bin immer noch sprachlos. Keine Sorge, ich habe keinen eifersüchtigen Ehemann, der dich dafür umbringen will. Auch keine Kinder. Es schmeichelt mir, dass du so viel über mich nachdenkst. Aber hey, ich bin noch ganz die Alte. Ich sehe auch genauso aus wie damals. Nur, dass ich meine Miene etwas besser im Griff habe. Und ich trage jetzt einen Pony. Jetzt, wo ich dir schreibe, frage ich mich ebenfalls, wie du ausschaust. Ich kann mich nur noch an schöne, helle, blaue Augen, weißblonde Haare und einen grimmigen Gesichtsausdruck erinnern. Ich bezweifle aber, dass du noch immer so aussiehst. Hast du dich viel verändert? Na super, jetzt zerbreche ich mir ebenfalls den Kopf darüber. Falls du irgendwann zufällig in der Nähe von San Francisco bist, kannst du gerne vorbeischauen und wir trinken einen Kaffee. Dann können wir uns austauschen. Eins vorab, ich arbeite dort im Ministerium. Wer hätte es gedacht? Dein Werdegang interessiert mich aber auch brennend. Entschuldige bitte, falls deine eifersüchtige Ehefrau die Einladung zum Kaffee gelesen hat. In Liebe, Hermine 14. Februar 2003 Liebste Granger, würde sich meine imaginäre Ehefrau über deine Einladung beklagen, dann würde ich mich scheiden lassen und sie herausschmeißen. Wie gut, dass ich keine habe. Ich muss zugeben, dass deine Briefe ein ziemliches Kribbeln in mir auslösen oder, um es noch deutlicher auszudrücken, ich bin Hals über Kopf in dich verliebt und kann nicht mehr klar denken, seitdem du mir schreibst, obwohl du mit großer Sicherheit noch immer großartig aussiehst. Aber mit dir fühle ich mich lebendig. Wer hätte es gedacht? Draco Malfoy ist weichgekocht. Wenn du das liest, wird es schon zu spät sein, denn ich bin jetzt wahrscheinlich bereits bei dir und habe dich überrascht. Ob du dich gefreut hast? Ob du meine Gefühle erwiderst? Ich hoffe es. Das Schicksal hat entschieden. Mein Herz gehört dir. Alles Gute zum Weindienstag, Hermine. Dein Draco